Die Lafa Barbecue Serie hat folgende Besonderheiten. Die äußere schwarze Glasur verhindert unschöne Verfärbungen. Die Lafa Barbecue Serie hält jeden Temperaturschwankungen stand. Deshalb kann man sie ohne Probleme auf dem Gasgrill, auf dem Holzkohlegrill oder auf offener Flamme verwenden. Durch die Benutzung entsteht wie bei gusseinsamen Pfannen eine natürliche Patina. Die Lafa Barbecue Serie kann wie jedes andere Römertopfprodukt gereinigt werden.